Einem Gesicht zu mir und der andere nur kurzzeitig nicht. Ist jetzt blöd gelaufen. Natürlich haben wir wieder die falsche Datei geladen. Mal gucken, ob das der richtige ist. Ja, das ist der richtige. Ist da nicht irgendein anderer Weg? Das Erste, was wir brauchen, ist ja wohl mal die Ausrüstung. Ok? Das war knapp. Den ersten haben wir auf jeden Fall. Der ist hier irgendwo nur unsichtbar. Da unten ist er. Wir werden dieses Mal... Jetzt können wir töten, meine Freunde. Jetzt wird es nicht das Problem sein, Leute umzubringen. Da sie ja sowieso verschwinden, werden wir sie auch töten. Bisschen was zu knabbern. Ein paar Moneten. Heilige Scheiße. Das sieht hier ja mal richtig krass aus. Oje, oje, oje. Da schwimmt auch irgendwas ziemlich schnell. Und wir müssen zu unserer Ausrüstung kommen. So weit ist das gar nicht. Will das uns einfach mal fallen. So, und wir speichern hier mal ab, weil ich denke mir mal... Oder hoffen wir mal, dass das hier der richtige Weg ist. Den Spielstand können wir erstmal löschen. Das Knochen-Artefakt ist genau über der Ausrüstung von uns. Zum Glück haben wir diesen Hochsprung ausgebaut. Ist doch schon ziemlich hilfreich. Ich hoffe, der Kollege ist brav und tot. Heilige Scheiße, was ist das? Was ist das? Ach, du Scheiße. Der arme Kerl. Da müssen wir aufpassen. Das sind diese Rotzteile. Das war echt knapp. Das Knochen-Artefakt ist dort oben. Heilige Scheiße, jetzt wird es echt spannend, meine Freunde. Das ist hier mal nicht so einfach, hier einfach mal so durchzurennen. Der Enten ist auch ein Weiner. Na los, geh da drauf. Ach, du Scheiße. Hm. Aufhören wir mal. So, der hat uns zwar bemerkt, aber das ist egal. Wir haben ihn lautlos ausgeschaltet, das ist das Wichtigste. Seine Knochen-Artefakt ist dort oben. Da hinten ist wieder ein Weiner. Hier sieht es aus, als wenn hier kein Weiner ist. Und mal gucken, was uns dieses Knochen-Artefakt so bringt. Mal schauen. Wenn du Schaden erleidest, steigt dein Adrenalin ein wenig an. Findest größere Munitionsvorräte. Sind das Weiner oder sind das normale Leute? Ist gerade das, was ich mich frage? Könnten Weiner sein, könnten auch nicht sein. Ich speichere einmal kurz ab. So, Weiner zu töten macht ja nicht das große Problem. Weil Weiner sind ja sowieso schon so gut wie tot. So, und dann gehen wir erstmal hier hin und holen uns unsere Ausrüstung zurück. Eine Rune, ein Knochen-Artefakt sind hier. Der Kollege ist tot. Da oben ist unsere Ausrüstung. Bei der einen Rune sieht es so aus, meine Freunde, dass das unten im Wasser ist. Der oben soll unsere Ausrüstung sein. Da müssen wir natürlich hin. Ohne Wenn und Aber. Alles, was uns in den Weg stellt, wird eliminiert dieses Mal. Holy Shit. Oh, noch weiter runter. Oh, was ist das denn? Sieht nach so einem kleinen Lager aus hier. Mal ein bisschen was zu knabbern holen. Ich glaube, wir müssen da mal rein. Ich würde da gerne mal reinschauen. Ich glaube nämlich, das lässt den Fahrstuhl runter. Was für uns nämlich auch nochmal vereinfacht wäre. Stair Control. Das ist natürlich wieder blöd. Dafür brauchen wir so ein... Lassen Sie die Treppe immer in der oberen Position, außer bei einem Schichtwechsel oder im Notfall. Nicht-Einhaltung kann zu Schäden an Ausrüstung und oder dem Verlust von Menschenleben führen. Bei einem Notfall wird die Hauptstromzufuhr abgeschaltet. Verwenden Sie die Reserve zu Ihrer Rechten, um die Steuereinheit wieder mit Strom zu versorgen. Ja, das Problem ist aber, wir haben nichts, meine Freunde, um das zu benutzen. Weil unser Reservetank ist nicht da. Oder ist da unten irgendwo was? Das lädt sie mich nicht so aus. Du musst vorsichtig sein, sonst fallen wir hier nämlich immer wieder runter. Ich glaube auch nicht, dass wir da jetzt so einfach raufkommen. Wir wissen, dieses blaue Zeug, dieses... Das Teil ist aber leer. Das können wir aber hier aufhören. Jetzt haben wir das wenigstens schon mal. Wir können die Treppe jetzt runterlassen. Zack. Oh mein Gott. Das ist aber auch gar nicht leise. Warte, sagen wir mal so, das ist aber auch gar nicht laut. Die eine Rune ist dort unten. Oh ja, unten sind überall so Weiner. So, hier soll unsere Ausrüstung sein. Oder sagen wir mal so, wir kommen der Ausrüstung näher. Unter uns ist das Knochen-Artefakt. Ich schaue mal ganz kurz, meine Freunde, wie weit wir nach da oben kommen. Sieht nicht sehr weit aus, deswegen gehen wir mal hier längs. Okay, hier sind ein paar Münzen. Okay, dort kommen wir nicht rum. Das heißt, wir müssen ja hier längs.